Die Edelder EDV-Beratung gibt es jetzt seit über 20 Jahren. Wir sind seit zweieinhalb Jahren jetzt hier in Lokstedt und in unseren neuen Räumlichkeiten im Dienstleistungszentrum Lokstedt ansässig, haben uns insofern verbessert, dass wir einen Schulungsraum zum Beispiel zur Verfügung haben. Wir beschäftigen uns schwerpunktmäßig mit Firmenbetreuung, wobei auch kleinere Firmen da natürlich eine Rolle spielen, nicht nur große. Wir haben das andere große Standbein mit Softwareentwicklung, wobei wir dann von Netzwerklösung über Weblösung oder auch zum Beispiel iPad, iPhone-Lösung eine relativ große Bandbreite entsprechend abdecken. Was bei uns ganz besonders ist, ist eigentlich eine sehr lange Kundenbindung, die wir über Jahre aufgebaut haben, wo wir bei Kunden praktisch, wie man modern sagen würde, Outsourcing in dem Sinne betreiben, dass wir für alle Fragen Richtung Software und Hardware als Ansprechpartner fungieren.